herzlich willkommen bei einem neuen angezockt tabakoshop simulator der prolog ist also nur ein prolog noch nicht das endgame wir schauen mal rein und gucken mal was es so kann also es geht jetzt hier um die retten so ein tabakladen zum beispiel wir gehen mal direkt und da noch mal gucken ob überhaupt das haben ich mache mir jetzt nur ein eiselspiel wird erst mal angezockt und daher gucken wir mal hier rein es gibt ein konzertorier mit mechaniken des spiels zu machen ok darum sehr cooles feedback bekommen dass ich nicht immer alles vorlesen ist halt ganz cool habe des ladens ich doch gerade vergebe also das war mein land dass ich nicht so den tabak als vordergrund habe nachher doch war hier irgendwas was cooles ist so steam aber hier ist eine zigarre davor hier ist eine zigarre davor hier können wir was abstreender warum kommt da schon jemand ich habe dazu tut mir leid mal gucken so sieht es gut aus interagieren sie mit dem computer klicken sie auf den computer klicken sie auf den computer klicken sie auf den computer zuzugreifen um den computer zu verlassen ach so auf den computer verträge was für verträge so ein bisschen ich glaube das ist sogar von der gleichen Firma wie der der apotheken bestellen hinzufügen nur einmal einmal bestellen ich würde das auch nochmal hinzufügen so kaufen bestellen wurde hinter den laden gelesen ok kiste anheben wo denn wir machen gleich auf oder erst kisten nee wisst ihr wie das aussieht wie andere denken ne ach guck mal jetzt kann man nicht hier sagen zack 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 dann sehen wir hier auf machen aber hier haben wir ein bisschen rein ok machen wir hier die 1 ich weiß nicht ob 3 25 zu günstig ist so äh legen sie den preis für das produkt fest ok das ist das was ich gemacht habe so nun verbinde ich die preisempfehlung dann würde ich mal sagen wir nehmen 10 und auch hier 10 10 10 so dann zieht ihr den laden so wir müssen ja was verdienen ne rita trulala der münsterland laden ist oh ist er da auf dem bad ne äh ich bin da oh das geht schnell so jetzt kriegt ihr jetzt zurück tschüss schön dass wir uns beehrt haben das schöne ist ja mit der sucht die kommen ja immer wieder ne äh 20 so auch 20 stimmt sehr leicht levelaufstieg so jetzt können wir bestimmt irgendwas machen hier oder ich muss schon was neues holen verträge naja den ok äh dann können wir jetzt auch das ausrüstung was ist das hier für mich ok muss ich den holen ja bestimmt ne kasse aber ich will erst noch neue produkte mit reinpacken ähm die liefern jetzt ich muss aber erstmal abkassieren so karte der hat für jemanden Glück gemacht das ist gut 60 zurück auch 60 auch 60 oh der konnte den laden nicht finden ok aber ist er eigentlich mit der beste laden whatever hier hier abgeschossen so mal gucken ob ich nicht hier ne wollen wir hier noch mit ran anderes produkt ja ok dann müssen wir noch mal neu holen ähm ähm packen wir mal hin mit einer raus hier was ist das ich denn davor hier gucken wir mal hier 9 9 euro 50 so ne scho 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 euch rein und wer genau know es ist ja ne scho ne scho ne scho keine ne scho 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 da nehmen wir die erste mal aufhören auch hier so So. Haben wir hier die easy Dinger. Äh, machen wir auch 59, 9. 50, so. Bisschen günstiger, aber... So, ok, dann nehmen wir es mal weg. Ähm. Zack. So ein bisschen abkassieren, ne? Unfair ist, ok. Dann müssen wir durch. Wenn er unfair ist oder unfair. Ähm, Wechselgeld 40. Auf 13 hat er ja noch zu alten Preisen geholt, ne? Wechselgeld 37. Äh. Äh. Und dann 1, 2, so. Äh. 10, 40. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10. ganz schwieriger alles, aber erst mal wichtig, dass man dann die Planung beginnen kann für den Umzug. Okay, der Preis scheint doch hoch zu sein. So, sind wir draußen. Was hat er jetzt noch für? Okay, aber jetzt. So, Weckl get 25. Fische. Business Tycoon, warum steht da nicht mein Name drauf auf der Tüte? 48,50. Das ist doch nicht mein Name, das ist doch vom Laden natürlich der Name. So, 30. Ich bin ganz alleine. Keiner. Okay. 3, 4, können wir mal hier gucken. Hier da irgendwas, da sind die easy, die haben wir hier, da sind die. Hier reinschmeißen, dann die blauen, hier rein, sehr gut, ist langsam leer. Raucht man echt zu viele Unterschiede, man schreibt dann auch bei seiner Marke, sehr schön. Können wir den Tag schon beenden? Sehr schön. Äh, mit. Hier. Thursday Complete. Jugenschaft. Mal gucken, ob er neue Regale für. So, hier einmal, der Markt, Ausrüstung. Hier sind die, Pyramide, Lagerhaus, Brandregal. Aber ich habe ja nur die Produkte jetzt, diese vier, ne. Ja. Ja. Immer noch nicht. Dann lassen wir es so. So. Damit kriege ich hier noch was rein. Ne. Okay. Laden ist natürlich sauber. Gelegt. Zack. Wie ist das andere Spiel, wo man so die Kleidung macht? Eine Online-Bestellung, wie eine Online-Bestellung. Akzeptieren, zwölf Zigaretten und vierzehn Aschenbrecher. Okay. Ähm. Bedeutet, ich muss jetzt. Mal Büro. Habe ich zu viel? Mal Büro? Ne. Erstmal bestellen. Hier so. Gehen wir jetzt hier raus. Markt. Zack. Und. Zack. So. Mal gucken hier. Die Online-Bestellung wegkriegen. Immer noch unfair. Okay. Wird das irgendwie geändert? Jetzt kommen wir. Machen wir mal vier und dann sind sie hoffentlich glücklich. Wir kriegen jetzt die Online-Bestellung. Oh. 33,50. 33,50. Oh. 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 Okay. 4,9. Jetzt gucke ich mal eben, dass ich das hier reinholen kann. Weiß nämlich nicht so direkt. Aber 14 haben wir sogar. Wie kriegen wir das jetzt weg? Mal gucken. Ja. Bei den. Akzeptieren. Okay. Und jetzt. Fahre ich das jetzt hin für Online-Bestellung. Ähm. Fünf Zigaretten. Die 3. Äh. Die 3. Äh. Äh. Mal gucken, welche Äußer ist. Vielleicht für hier. Und dann müssen wir noch. Äh. Mal gucken, jetzt zwei raus. Mal gucken. So. Äh. 52,50. Das kriegen wir auch hin. Oh. Oh. Äh. Wer hat eine Kiste geklaut? Äh. Ist schon weg, ne? Oh. Das nervt mich schon. Das nervt mich. So. Weiter geht's. Äh. Was muss ich hier? 48, ne? Äh. Oh. 60. Und 50. Ähm. 26. So. Kann man die Diebe ausstellen, wir müssen gleich mal gucken. Die Kasse geschlossen. 20.15. 54. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. Der Laden ist aufgestiegen. Ich finde, dass der Laden nicht sauber ist. Ich weiß noch nicht, wie ich die Online-Bestellung packe. So, ähm. F? Ne. Wo packen wir hier was hin? Für online. Hm. Geht mal wahrscheinlich zur Post, oder? Warte mal. Da muss ich noch Dings mitnehmen. Wie viel braucht die? Wie viel braucht die? Ja, das ist Aschenbrecher. Aschenbrecher. Aschenbrecher, weil die können wir hinpacken. Okay. Auch von den 12, ne? Okay. Geh mal im Tür rüber, ob das funktioniert. Ach, hier rein. Ach, hier rein. Ach, hier rein. Das ist gut. Okay. Es ist leer, beides. Habe ich mal einen Laden da. Wenn wir so hier sauber kriegen. Jetzt steht ja hier alle. Okay. 22. Ich wollte auch noch mal gucken, was mache ich jetzt? Wenn man den Dieb ausstellen kann. Das nervt mich so ein bisschen. Ähm. Option. Dieb kann man auch. Putzen ist okay. Dieb weiß ich nicht. Das muss ich nicht haben. 39. Ne. Oh, sehr schön. Ja, dann war das. Das ist angezockt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wie ihr das Spiel findet. Für mich ist es persönlich, ist zumindest meine Meinung. Bis auf das jetzt keine Kleidung ist, sondern Tabak. So wie jedes andere Spiel. Vielleicht interessiert einem das ein bisschen mehr als die Kleidung. Dann ist es vielleicht das richtige Spiel für dich. Ich selber kann es mir nicht vorstellen. Aber. Ihr könnt es ja gerne in die Kommentare schreiben. Bis dahin. Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Vielen Dank.